Ja, liebe Leute auf Facebook, ihr habt ja im Eberbacher Kanal die Frage gestellt, oder in der Gruppe Eberbach, ist es jetzt cool, ist es uncool, was ist es eigentlich, wer bezahlt das Ganze auch, kommt doch einfach am Samstag auf den Leopoldsplatz und eure Beiträge werden nicht gelöscht, so wie das da geheißen hat, dass ein Posting gelöscht worden wäre. Wir löschen nichts, wir sind für Meinungsfreiheit, wir sind für den offenen Dialog mit allen Menschen, wir sind auch dazu da, um die Fragen zu stellen, die derzeit in den Medien nämlich nicht mehr gestellt werden. Und in dem Zusammenhang laden wir euch einfach ganz herzlich ein, kommt vorbei, guckt es euch an und macht euch dann ein Urteil. Und urteilt nicht von dem, was ihr vielleicht mal gehört habt. Schaut es euch an, guckt vorbei und dann macht euch euer eigenes Bild. Liebe Grüße!